Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute mal was ganz einfaches, was jeder nachbauen kann, das sollte innerhalb von 10 Minuten erledigt sein. Und zwar lernen wir heute, wie man Gegner auf einer Map berührt und damit einen Kampfstartset. Ganz einfach gemacht, ganz simpel gehalten, kann jeder nachbauen innerhalb von ein paar Minuten. Viel Spaß mit dem Tutorial und jetzt kommt das Intro. Als erstes erstellen wir natürlich ein neues Event und wählen eine Grafik aus. Die Bewegungsroute setzen wir auf zufällig oder zum Helden hinbewegen, das könnt ihr selbst entscheiden. Je nachdem, wie sich das Event verhalten soll. Auslöser setzen wir auf Ereignis berühren, damit der Kampf startet, wenn uns der Gegner berührt. Dann klicken wir doppelt auf die leere Zeile und wählen Kampfverarbeitung aus. Wir machen einen Haken bei Kant fliehen und Kant verlieren und klicken auf OK. Bei Niederlage wählen wir jetzt ganz simpel Game Over aus. Somit wird das Spiel beendet, wenn der Playoff verliert. Wir klicken jetzt bei Sieg doppelt in die leere Zeile. Jetzt lasse ich eine Animation auf den Gegner abspielen, die natürlich optional ist. Wählt dazu Animation abspielen und wählt dieses Event aus. Sucht euch eine passende Animation aus und klickt auf OK. Jetzt klicken wir direkt darunter und wählen Ereignis Standort festlegen. Ich habe die Map ein wenig größer gemacht und einen Bereich gemacht, in dem der Player nicht hinlaufen kann und auch nicht sehen kann. Dort teleportiere ich das Event hin. Das hat den Vorteil, dass man keinen Schalter braucht für jeden Gegner, um das Event auszuschalten. Und wenn ihr euch jetzt wieder zur Map teleportiert, ist der Gegner wieder auf seinen ursprünglichen Platz und könnt erneut gegen ihn kämpfen, ohne jeglichen Schalter zu benutzen. Wir übernehmen jetzt das Ganze und klicken auf OK. Im Prinzip war es das jetzt auch schon. Jetzt testen wir das Game. Erstmal sorry wegen den heftigen Lags, ich habe bei der Aufnahme eine zu geringe Frame Rate ausgewählt. Aber im Prinzip sollte alles klar erkennlich sein. Wir berühren den Gegner und besiegen ihn. Dann wird eine Animation abgespielt und der Gegner wird dahin teleportiert, wo der Player ihn nicht sehen kann. Wenn wir wieder zurück auf unsere Map kommen, ist der Gegner wieder da, wo er sein sollte und wir können erneut gegen ihn kämpfen. So, wenn ihr jetzt aber wollt, dass der Gegner weg ist und er nicht mehr wiederkommt, Ändern wir jetzt noch kurz das Event. Löscht dazu einfach er eigenes Standort festlegen und nehmt stattdessen Selbstschalter A und stellt ihn auf an. Jetzt erstellen wir eine neue Seite, machen einen Haken bei Selbstschalter A und das war's schon. Jetzt verschwindet der Gegner nach dem Kampf und haut auch nicht mehr auf. Das war's doch schon mit dem Tutorial, war jetzt kurz und schmerzlos. Ihr solltet das eigentlich alle hinbekommen, hoffe ich doch. Wenn noch Fragen sind, unten in die Kommentare natürlich. Das war's. Tschüssigowski! Tschüssigowski!